Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Harvest Day in der dritten Folge meine Stimme, Entschuldigung, in der dritten Folge am vierten Tag, genau so rum, wird ein Schuh draus, genau, öffnen, ach Gott, hallo, öffne mir die Tür, jetzt, oh Gott, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber nicht schlimm, oh, geht das stimmt alleine zu, so, wo ist denn mein Hachiko, hi, da kommt mein Kleiner, ja, du musst immer gestreichelt werden, ne, ja, so sieht's aus, ja, bis jetzt ist das Spiel ganz gut bei euch angekommen, ähm, und ich wurde schon drum gebeten, daraus ein Let's Play zu machen, ja, könnte ich tun, könnte ich tun, so, wir haben Post bekommen, Ah, von Eva Hi, Fannylein, es ist Frühling, falls du es noch nicht weißt, Frühling ist die perfekte Jahreszeit für Brombeeren und Himbeeren, überall sind die Büsche jetzt voll mit ihnen, mit der Ernte lässt sich sogar etwas Geld verdienen, oder du isst sie einfach alle sofort selbst, tipp, besuche den Wald westlich des Dorfes, Eva Okay, es gibt einen Wald Guten Morgen, Fannylein von Michael Ähm, im Namen der Nachbarschaft möchten wir dich für alle, äh, nee, wir dich für die Ehrlichkeit belohnen, die du an den Tag gelegt hast, allzu verlorener Gegenstand 4 bei uns auf der Polizeistation abgegeben hast Hier sind ein paar Duda-Münzen als Finderlohn Oh, du bist ein guter Mensch, hab einen schönen Tag, Michael und Amanda 250 Münzen habe ich erhalten, wie cool Ernten, benutze eine Sense, wenn dein Getreide reif für die Ernte ist Ja Ja, guck mal, der liebt mich Oh, 40% Zuneigung Oh, weil ich ihn immer streichel, ne So, okay, äh, meine Ernte ist anscheinend fertig Ja Super Wie, und jetzt sind die Felder wieder weg? Das ist doch meine Sense, oder nicht? Wie, jetzt muss ich die nochmal neu machen? Meine Felder sind weg Okay Inventar Wo sind denn meine Radieschen? Salatsam Ach, hier unten, ach Gott, das habe ich mich aber schon erschrocken 30 Radieschen habe ich jetzt, okay Und jetzt muss ich hier wieder, Moment mal Wenn ich jetzt Einen Moment Wenn ich jetzt, pass mal auf Wenn ich jetzt hier die Salatsamen Ich dachte, ich Achso, einfach aufklicken Ähm Ne, ich muss es tatsächlich jetzt nochmal neu machen Oder habe ich, wartet mal Seltsam hake Okay Okay, ich muss tatsächlich irgendwie Die Felder dann nochmal neu bestellen Hallo Nicht so schnell Okay Das ist ja mal krass Oder sehe ich da jetzt was falsch Aber ich kann hier Komischerweise gerade nichts Ähm Gerade irgendwie nichts Wartet mal Achso, vielleicht muss ich ja erst mal Ne Ne, auch nicht Und haken kann ich Äh Äh Warte mal, verstehe jetzt, wer will Aha Erst haken Ja, aber Ist ja gut Ich dachte, die Felder bleiben dann Ich dachte nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Das alles nochmal neu machen muss Na gut, dann ist es so Oder das ist vielleicht ein bisschen verbuggt Ich weiß nicht Hier, was denn So Und jetzt kann ich ja theoretisch Nein, 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 nein Ähm Ähm Mein Salat jetzt Pflanzen Okay Das ist ja Sehr seltsam Äh Hundi, lässt du mich mal bitte gehen So Knie nieder So Noch einmal, genau Ja, was denn Wird sie schon wieder gestreichelt werden? Ja Okay, jetzt brauche ich mal eine Gießkanne Ne Genau Da Hoppala Habe ich jetzt daneben gegossen? Ne Versandkiste Du kannst Gegenstände auch per Versand verkaufen Leg sie dafür einfach in eine Versandkiste Die du dann münzt und dafür erhältst du dann über Nacht Okay Hör doch mal auf zu gießen Meine Güte Ja Ja, was denn Oh, guck mal Die hat mich ganz doll lieb Hoppala Entschuldigung Jetzt habe ich was fallen lassen Oh, meine Energie Die geht auch runter So Die Salatköpfe brauchen fünf Tage Okay Ja, was denn Mein Freund So Hier ist ja meine Versandkiste Versandkiste 180 Münzen Perfekt Das heißt schon 722 Münzen Dudas Münzen Oh, guck mal Da ist noch ein Pilz So Wo Ich muss aufpassen Meine Energie Die ist nämlich ganz unten Aber trotzdem könnte ich ein paar Steine gebrauchen Vier Steine Na, ist ja prickelnd So Okay Wieder vier Steine So Vielleicht sollte ich auch Wartet mal Ich könnte ja mal mit dem Roller fahren Ich habe jetzt eh nichts zu tun So Okay Dann würde ich mal sagen Ähm Ich habe keine Ahnung Meine Lieben Ich fahre jetzt irgendwo Oh, 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 oh Müll Müll Nein Falsche Taste So Das bitte aufheben Weil das gibt mir Ähm Oh, jetzt bin ich gesprungen Das ist ein bisschen Die Steuerung, ne Ähm Was liegt denn da Achso Keine Ahnung Man weiß es nicht so genau Okay So, dann fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend So Oh Was ist denn hier Animal Aha Achso Das ist hier die Auffangstation, oder Hör doch mal auf Tierauffangstation, genau Haustiere In Rachels Tierauffangstation werden heimatlose Tiere untergebracht Mehrere Hohn und Katzen hier suchen ein neues Zuhause Stelle zur ersten richtigen Unterkunft für sie bereit Sonst erlaubt die Rachel nicht, ihre Tiere zu adoptieren Besuche Rachel und rette ein Leben Ja Open Nein Ach Das ist ja die rechte Maustaste Hi Rachel Können wir erstmal miteinander quatschen Ich habe meine Tierauffangstation vor fünf Jahren gegründet Kurz nachdem ich nach Duda's Village gezogen bin Ah, sehr interessant Oh, ein paar Tennisbälle So, kann ich bei dir jetzt auch Aha Warte mal, was kann man denn kaufen? Hundefutter Okay Komm, wir holen einmal Hundefutter Und ein Tennisball Dann freut er sich So Achso, verdammt Moment Ich muss nochmal Genau So, adoptieren Was kann ich denn adoptieren? Okay Achso, ja Das ist natürlich jetzt immer blöd, dass man nochmal rausgehen muss Moment So Adoptieren No Okay Super Cool So, jetzt habe ich wenigstens Hundefutter Das ist doch schon mal was Oh, ich kann hier rein Oh Ach, wie süß Guckt mal Ja Oh Guckt mal, die lieben mich schon jetzt alle Die wollen mich alle haben Ach, ist das süß Wartet mal, ich werde mal Ähm Ähm Mal eine Hand leer machen Damit ich einfach mal Ohne was hier rum hänge Hier, ihr kleinen Süßen Ihr seid ja so süß Guckt mal, die haben mich alle lieb Oh, ist das süß gemacht Okay Nice Auf jeden Fall Ah, Hilfe Schnell raus So, hier ist mein Roller Okay So, dann haben wir die Tierfang Oh, Gottes Willen Dann haben wir die Tierfangstation auch jetzt gefunden Und dann gucke ich mal Ich weiß nicht Wollen wir mal zum Angelgeschäft War der nicht hier irgendwo am Strand Irgendwie hier die Treppe rauf oder so Oh, guck mal Da ist auch noch eine Flasche Also Müll Sehr gut Ähm Nein, absteigen Fahne ich absteigen Oh, manchmal klappt das nicht so Das bringt wahres Geld hier So Aber wurde nicht gesagt Dass ich hier irgendwie Brombeeren und sowas Irgendwie Ähm Finden kann Ich muss mir mal nach Büschen Ausschau halten So Nein Ach Immer die falsche Taste Ne Genau Was hab ich denn jetzt In der Schon wieder was in die Hand genommen hier Komm steck auf Oh Gott Die Kurven Die sind so ein bisschen creepy Aber ansonsten macht das hier mit dem Roller So ein bisschen Spaß Würde ich sagen Achso das ist die Tierfang Auffangstation Okay Ich hab's Okay Alles klar Wartet Dann noch ein bisschen weiterfahren Wow Was für eine Optik Na komm schon Genau Dann gehen wir mal kurz zum Strand nochmal Vielleicht Ist ja da irgendjemand Der mich Hallo sagen kann Ähm Mit R Nein 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 Mach das einfach mal raus Genau So jetzt wollte ich mal gucken Ob es hier irgendwas verloren ist Gibt aber Anscheinend nicht So wir gehen auch mal ganz kurz nach oben Vielleicht hat der Laden ja offen Wir haben's jetzt 3.30 Uhr Ach ja Und dann guck ich mal Ob ich hier irgendwas einsammeln kann Oh was schickes Da kann ich die Palmen köpfen Ne Ich glaube nicht Was Von 9 bis 15 Uhr Ach du Scheiße Ich bin zu spät Okay Geh mal einfach mal hier rein So es gibt ja Verlorene Sachen Achso Ist der Hintereingang Ach schön Wie es hier klingt Ich weiß ja nicht Ähm Ich guck mal Ob ich hier vielleicht Ob der Sense hier Irgendwas machen kann Nein Oh was ist denn das hier Aufheben Korallen Sehstär Oh Gott Man kann das sammeln Okay Na dann nehmen wir es doch einfach mal mit Vielleicht kriege ich ja dafür ja Geld Oder so Oder so Ich kann mir vorstellen dass es hier irgendwie was gibt was hier verloren gegangen ist Vielleicht ein Buddelleimer oder so Guck mal Guck mal Haie Oder sollen es Delfine sein Hm Oh da da ist jemand Komm wir reden gleich mit demjenigen Hi Sean Hm Bürgermeister Peter hat mir erzählt dass du gerade erst in du das willig angekommen bist Schäle dich kennenzulernen Ich habe einen kleinen Laden hier im Dorf Ein Angelgeschäft Wir sehen uns Oh Dankeschön Schön So das nehmen wir auch mit hier Alles was so schön leuchtet nehmen wir mit Ich weiß ja nicht kann ich da auch zu dieser Eine Miesmuschel Wie cool Na es hat sich doch hier schon gelohnt Nochmal her zu gehen Noch eine Miesmuschel Na Ja Und natürlich Plastik Das ist natürlich nicht so schön Noch eine Miesmuschel Komm her Haha Sehr gut Was ist denn das Tier Kann man leider nichts machen Da ist aber noch ein Steg Kann man eigentlich schwimmen gehen? Oh Jetzt wird die Musik anders Vielleicht gibt es ja hier irgendwas interessantes Schauen wir mal Ne irgendwie nicht oder? Okay ich vermute mal man kann nicht schwimmen gehen Weil wenn man im Wasser läuft Dann ist es recht langsam Ah Aber Der Leuchtturm Da würde mich echt schon interessieren Seht ihr noch irgendwo eine Miesmuschel oder so? Ich würde gerne mal zu dieser Riesenchoralle Oh mein Gott Guck mal Da gibt es ein Nemo Okay hier im Wasser kann ich das aber nicht Nicht ernten Oh scheiße Ich schwimme Ne das geht nicht Okay Dann gehen wir mal wieder rein Ich glaube das mit dem Schwimmen ist nicht Nicht geplant Ja sie läuft hier auch sehr sehr langsam So und es wird auch langsam wieder dunkel Langsam aber sicher So jetzt ist auch die Frage Ob mein Roller noch da steht Aber ich wäre gerne zu ihm ins Angelgeschäft gegangen Schade Aber schick Auf jeden Fall Warte mal Ich will mal kurz wegen einem Screenshot Mal Eben die Sache mal aus die Hand nehmen hier So Ach schön Ein Strandspaziergang heute Schon wieder ne Das hatte ich ja schon mal gemacht mit euch Aber nur kurz Da habe ich noch nicht alles gesammelt Aber eine Miesmuschel sehe ich jetzt hier nicht Ich denke mal die kann man auch wieder verkaufen oder Oder was kann man damit machen So ist der Roller noch da Ja Gott sei Dank Gott sei Dank Springen rauf Ne erstmal rückwärts fahren So Oh Gott die Kurve Die Kurve Oh Gott So Sehr gut Oh Gott es wird dunkel Ich weiß nicht ob das so gut ist Naja vielleicht sollte ich Beim nächsten Mal auch da lang mal fahren Ne Okay pass auf Wir werden mal den Roller sicherheitshalber Jetzt wieder zurückbringen So Und dann gucke ich mal Ob ich nochmal gießen muss oder so Ach ich könnte auch nochmal den Eimer voll machen Ach nee das ist Ach das ist doch Recycling Ach warte mal Aber das kann ich ja trotzdem machen Recycling ist auch Nein Fanny Absteigen So öffnen Ähm 633 Okay Okay 635 Ja Hab ich sonst noch irgendwas zum Recyceln Mies Musche Nein Okay Ich glaube Ach ich drücke mal die falsche Taste Das ist immer hier eigentlich mit rechts Mit der rechten Maustaste So dann geben wir Wartet Da ist wieder ein Eine Büchse Die geben uns immerhin ein wenig Geld Ja So Jetzt ist es dunkel Dann sollten wir auch gleich schlafen gehen glaube ich Hoppala So Wow Ist ein bisschen creepy auf jeden Fall Ach sehr gut Jetzt trage ich hier die Dose Ich glaube ich spinne So Ne da muss ich nichts gießen Und zwar Da wo jetzt die 5 Tage stehen Wenn dort zum Beispiel die Gießkanne wäre Dann müsste ich nochmal gießen Ja Also da wird immer einem angezeigt Ähm Oh Hier stinkt was Hundefutter Hundefutter Äh Habe ich reingemacht Guck mal Er schläft Ähm Das ist die Frage Wie kriege ich denn Moment mal Wie kriege ich denn jetzt den Tennisball Ein Moment Da muss ich erstmal hier ein bisschen zurecht wuchsen Ich habe Mist Kann verwendet werden Um daraus Bio-Dinger herzustellen Ah ok Behalt das mal bitte So Tennisball Mal runter machen So Und jetzt Kann ich das jetzt fallen lassen Oder was Wo habe ich eine Dinge jetzt hingeworfen Ach der Scheiße Wenn ich das jetzt mal wüsste Hehe Hm So öffnen Jetzt wollte ich mal gucken Kaufen für 60 Verkaufen für 30 Ein Meerestier das die Form eines Sterns hat Ja Das beeindruckende Bauwerk einer Koralle winziger Meereskreaturen Ein sesshaftes wirbelloses Wassertier mit einem weichen porösen Körper Okay Wenn ich das jetzt 60 Münzen Verkaufs einfach Und kann gegessen werden Oh das sollte ich vielleicht mal behalten Die zwei Miesmuscheln Okay Gut Dann würde ich mal sagen Gehen wir jetzt schlafen Am besten mit der Fackel Nein Nicht schon wieder Funny Nicht schon wieder Ja Ja Ein bisschen Ist ein bisschen Creepy So Äh Schlafen Neue Anleitung Kleiner Stall Mayonnaise Was Ach Kleine Mayonnaise Maschine Okay Bronzerhacke Bronzerhacke Und Bronzergießkanne Und Sprinkler Hab ich Oh Sprinkler Canberra Recycling Level 1 Okay Herstellung Kochen Ja Gekocht hab ich ja leider noch nicht Zwischen hab ich auch noch nicht gemacht Sammeln Hey Ich hab schon gesammelt Ich habe 615 Gold Verdient Interessant Wow Spiel wird gespeichert Ach Entschuldigt Ich hab grad mal einen Kaffee getrunken So Hier ist ja meine Truhe Die hab ich ja Schreibe einen Namen Ja Äh Äh Dies Und Wartet mal Kann ich Nein Dies Und das So Sehr schön Ach cool Guck mal Jetzt steht da dies und das Ist ja auch nicht schlecht Ähm Ich wollte Nein Funny Halte Taste So Ähm Pass mal auf Dann will ich jetzt mal das rein machen Die Würmer Ich mach das jetzt mal hier alles rein Wenn du ihn isst hast du wieder etwas mehr Energie Okay Pilze Okay Gut So es regnet draußen Ne Fein Ich hab 1252 Gold Nicht Kron Ich will mal Oh Ich hab Ich hab Post Öffnen Von Anne Guten Morgen Funnylein Ich verrate dir ein Geheimnis Wusstest du das Die Berge Reicht an Ressourcen Sintsteinen Mineralien Erze Und noch viel mehr Außerdem hast du von den Gipeln aus Die schönsten Ausblicke Auf die das wild Ich kann dir wirklich nur empfehlen Einmal eine Reise dorthin zu unternehmen Anne Oh ja Das machen wir Ach guck mal Da ist wieder der Der Schäfer Wollen wir nochmal mit ihm reden Ich glaube das kommt uns dann auch mal zugute Hallo Ich weiß seinen Namen leider noch nicht Ich hab ihn wieder vergessen Ach ja David Großschädel habe ich noch nie gemacht Ich lebe lieber in meiner Zuflucht Hier umgeben von Natur Das kann ich verstehen Mein Freund Oh Entschuldigung Äh nein So Was ist denn das da Ist das hier so ein Beerenbusch Ne Oh wartet mal Könnte ich da jetzt die Sense benutze Pflanzenfasern Ah Okidoki Ich vermute mal die sind auch nochmal wichtig Pilz Das ist voll cool Da braucht man eigentlich nur drüber laufen Und dann wird der eingesammelt der Pilz Außer bei denen hier Bei dem Müll Das muss man selber aufheben Ich weiß die Folge ist eigentlich schon wieder so gut wie zu Ende Na komm Ja okay man kriegt also auf jeden Fall Harz und Pflanzenfasern In Ordnung Aber ich hätte mir eigentlich wieder den Roller nehmen sollen oder Ich wollte nur mal ein bisschen Ein bisschen herum gucken Ach scheiße jetzt darf ich mich ja gar nicht Verdammt Ähm man kann leider immer nur speichern Ähm Wenn man geschlafen hat Ja alles andere geht jetzt ohnehin verloren Na gut dann gehe ich jetzt wieder zurück Ähm und dann werde ich einfach nochmal Pflanzenfasern Ähm In der nächsten Folge einsammeln Meine Lieben Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag Vielen vielen Dank fürs Zusehen Vielen lieben Dank auch für eure Kommentare Und auch für die Likes hier Zwecks des Videos Und ja Ähm Ich gehe jetzt zurück So Gegossen ist Ne Genau noch vier Tage Da kann ich meinen Salat ernten Und ich hoffe ihr seid dann auch wieder mit dabei Macht es gut mein Lieben Habt einen super schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Bye bye Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal